Ein Sportler, der 600 Newton wiegt, möchte über eine 1,8 Meter hohe Stange springen. Welchen minimalen Impuls muss er im Anlauf aufbringen? Hier die Angaben. Die Gewichtskraft Groß G beträgt 600 Newton. Die Höhe H beträgt 1,8 Meter. Gefragt wird der Impuls P, den wir in Newtonsekunde ausdrücken. Und um diesen Impuls herauszufinden, nutzen wir diese Formel, Impuls P gleich Masse M mal Geschwindigkeit V. Die Gewichtskraft Groß G ist gleich zur Masse M mal die Fallbeschleunigung Klein G. Woraus wir schließen, dass M gleich ist zu Groß G geteilt durch Klein G. Wir ersetzen Groß G durch 600 und Klein G durch 9,81. Und somit finden wir, dass die Masse ungefähr 61,16 Kilogramm beträgt. Durch das Erhaltungsprinzip der mechanischen Energie wissen wir, dass die kinetische Energie vom Sportler unten gleich ist zu seiner potenziellen Lageenergie oben. Daher diese Gleichung, MV² geteilt durch 2, gleich M G H. Wir können diese Gleichung durch M teilen und so schließen wir daraus, dass V gleich ist zur Quadratwurzel von 2 mal Klein G mal H. Wir wissen, dass der Impuls P M mal V ist. Also können wir hier das V durch diese Quadratwurzel ersetzen. Wir werden jetzt M durch 61,16 ersetzen, Klein G durch 9,81 und H durch 1,8. Und somit finden wir als gefragten Impuls P ungefähr 363,46 Newton Sekunden.